hallo und herzlich willkommen zurück hier bei crisis warhead so hier haben immer so grüne leute bei sich die die schilder haben war zweck ich hab nur einmal drauf geschehen wollen wir mal hier weitergehen da willst du nicht verarschen gut die hammer weiter geht es dass noch irgendein geschützte aber egal ich liebe dieses graus gewehr gegen die vollpunkt erreicht sehr schön mal weiter leute wir müssen vorankommen das gebäude mal rein für munition mann hätte ich ganz die Granaten nicht verschwenden brauchen, ey. Oh, Sprengstoff. Oh, rot, aber Bombe nicht. Ich bleibe lieber bei den Waffen, die wir haben. Jetzt habe ich hier nicht mal allzu viel Schuss, aber... das kann sich ja noch ändern. Ja, da geht's. Hier sind es auch niemanden. Hä, den habe ich doch gefunden. Oh, müsst ihr unbedingt da kämpfen. Ja, ruhig dicht machen. Wer muss hier sein? Ja, ja, kommt doch erstmal mit. Naja, ignoriert die doch einfach. Geht hier weiter. Immer weiter geht's hier. Aber der restliche Druck kommt auch noch bald. Weiß nicht. Es lohnt sich doch mal in die Weise reinzugucken. Feindkontakt! Du hast aber schnell gelöst. Oh, guck. Laufen wir als weiter, bis wir dann doch endlich mal ankommen. Was ist das für eine Waffe? Oh. Oops. Komm. Ich bin hier auch nur noch mit einem unterwegs, weil der Rest irgendwo rumgammelt. Oh nein, nicht da runter. Das kommt immer noch hinten rum. Oh Mann. Naja. Weiter geht's hier. Okay, ich finde hier Munition. Natürlich nicht. Wäre zu schön gewesen. Na sowas. Oh nein. Ey, wer ist das für einen Kurs? детisch. man kann sich leider nur oben einsetzen das ist echt schade jetzt auch sonst nichts folgen von die anderen noch alles herumgammeln mein gott hat noch neuen schuss ist nicht gerade viel kontrollpunkt sehr schön jetzt kommen die anderen ich ahne übles waren denn hier auch genutzt vielleicht sollte man sich das mal anschauen positiver kontakt das gibt es doch nicht das hätte ich jetzt so nicht gesagt also meine herren der bastard steht zwischen uns und dem tunneleingang nehmen wir ihn auseinander jungs dann endet es von der seite endet sie lenken den beschuss auf dich und gehen drüben in deckung wir behaken ihn mit schwerer artillerie ja das ist der plan super ja ich sehe schwachfurt auf den kiefer zielen das ist verrückt war wir haben was auf dem radar gefunden vielleicht sollte man sich das mal anschauen ja 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 auf den kiefer zielen weiter da gehst du einfach mal einmal in deckung und ich habe was auf dem radar gefunden vielleicht sollte man sich das mal anschauen positiver kontakt das gibt es doch nicht also meine herren der bastard steht zwischen uns und dem tunneleingang nehmen wir ihn auseinander jungs von der seite sie lenken den beschuss auf sich und gehen drüben in deckung wir behalten ihn mit schwerer hart ich sehe den schwachpunkt auf den kiefer zielen das ist verwundbar feuert aus allen richtungen alles klar langsam wird es ja vorwärts super aber pass auf jetzt sind hier andere viecher noch die 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 So. Rock'n'Roll, Lisskerl! Woo! Gleich haben wir's geschafft, auf fast letzte Runde! Immer auf Kreisen, er muss geschäftig sein! Ihr darf mich nicht auf einem Ziel fixieren! Alter! Weißt du, du drehst dich um um die anderen zu klingen. Mann! Das ist nervig. Wir haben was auf dem Kanal gefunden! Vielleicht sollte man sich das mal anschauen! Positiver Kontakt! Das gibt's doch nicht! Nachdem ich die getötet hab, kann ich eigentlich nur eine Sorte aufsammeln. Also meine Herren, der Bastard steht zwischen uns und dem Tunneleingang. Nehmen wir ihn auseinander, Jungs! Da würd ich auch sagen. Herr Rendes, von der Seite! Rendes, sie lenken den Beschuss auf sich und gehen drüben in Deckung! Wir behaken ihn mit Kleberartellerie! Was ist denn der Mann? Was ist denn der Mann? Ja! Ich sehe Schwachbruch auf den tiefen Zielen! Das ist vermutlich! Nein, ich liebe seine Leute! Das rückhafte! Wir sind immer drin! Ja, das ist vermutlich! Ja, das ist das! Ich bin der Mann! Alright! Ich bin der Mann! ich hau alles rein was geht ich habe mir es geschafft wie auf mich die mission geht vor wir unterstützen jetzt direkt das und wir einfach ab von hier das wäre natürlich auch nicht gegenüber dem hier aber keine monetisation dafür ich weiß es nicht nehme ich lieber ok das wäre es dann gehen wir los los jetzt haben wir sie nehmen die schuss sind aber nicht zusammen da habe ich meine nahe kampf und die anderen meine fernkampf naja nur die ruhe maximales tempo energie kritisch mein gott da geht's energie kritisch psycho emerson hier wir haben kva funksignale abgefangen colonel lee müsste ganz in ihrer nähe sein sie müssen seine spur wieder aufnehmen ok oh gott da geht's bin getroffen mal am boden mal am boden klar modus los stillung alles klar ja ja ich brauche den kalibrator scharfschätzung auf 12 uhr oben auf dem träger einscharfschätzung weniger raketenwerfer da links ich habe keine munition mehr ich habe ihn ich habe ihn ich habe ihn ich sehe nicht vor meine schüsse einschlagen alter scharfschützen neutralisiert sehr schön los da psycho wir geben ihn deck und verpassen wir diesem colonel liefern wir einen trip in den arsch da hätte ich sogar ein richtiges scharfschützen das ist unsere beste chance ausgeflogen zu werden ihr letztes signal kam aus dem mussten hier in der nähe ich gebe ihnen bescheid sobald ich näheres weiß die haben hier wieder gegner also muss ich da wohl irgendwie reinkommen ja also ist zumal genau ja aber Was? Ich stand wohl noch zu nah dran. Na super. Hat ja richtig gut funktioniert. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Raketenwerfer erledigt. Na ja, gehen wir mal weiter. Seiko, wir stoßen zum Team Hawk vor. Das ist unsere beste Chance, ausgeflogen zu werden. Ihr letztes Signal kam aus dem Osten hier in der Nähe. Ich gebe Ihnen Bescheid, soweit ich Näheres weiß. Oh, hinten ist auch runter. Da ist er halt jedenfalls. Da. Headshot bleibt Headshot, ne? Ja, den haben wir diesmal auch easy erledigt. Oh. Eine Raketenwaffe. Oh. Ne, dann geht gleich bei meinen Waffen. Ich finde die ganz gut. Wollte er auch einen Schalter zu vertragen könnte. Außer ihr habt jetzt hier eine Strohfindung geblieben. Nein. Das ist halt die für etwas älteren Veränderungen. Die haben da was für, äh, Nahkampf. Also, Nahkampf, Fernkampf. Raketenwerfer. Oder Notfall ganz nahe Nahkampf. Maximale Stärke. Woll. Alter, du Zeugträger. Oh. Zeiko, wir haben gesicherte Informationen, dass Colonel Lee auf der anderen Seite des Trägers im Moment außer Gefecht ist. Machen Sie schnell, dann können Sie vielleicht eingreifen, bevor er weitermachen kann. Oh, Kausgewehr, Alter. Alter. Na, willst du nicht verarschen? Scheiße! Scheiße! Boah! Neutnant, Mann. Schau! Weiss, weiss, das ist gut. Oh mein Gott, wir müssen ja auch nicht verarschen. Und wir müssen noch einmal von der ganzen Berne. Du musst jetzt auf dem Suche machen. Nur das war die Erwachsen. Die, wenn wir jetzt die Erwachsen. Aktiviert Zeitaktion Ja, aber ich denke jetzt hier immer gut nachschub Allerdings haben wir nicht davon mehr Bei meiner Schuld bleib ich aber trotzdem Ähm Leser-Visier Ich wusste es fehlt irgendwas Konzentriert oder mehr Streu Ich mach mal auf konzentriert Vielleicht knall ich da durch die Gegner und halt da weg Hier geht es nicht weiter Ne Ähm Vielleicht da oben lang Also wie der auch hier drüber hängt Aber wir erkunden das Schrift erst in der nächsten Folge Denn diese Folge ist vorbei Wenn euch das gefallen hat, lasst mir doch gerne mal ein Like da Kommentiert was ich verbessern kann Abonniert mich, damit ihr auf dem neuesten Stand bleibt Bis dann Ciao Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen